Willkommen zurück bei Half-Life. Wie war das noch? Da flogen doch Granaten, oder? Naja. Oh ja, und sie werden immer noch fliegen. Ja, und sie werden immer noch fliegen, und sie werden immer noch fliegen. Verdammt! Ja, und sie werden immer noch fliegen, und sie werden immer noch fliegen, und sie werden immer noch fliegen. Der Haar ist nur noch einer. Und sie werden immer noch fliegen, und sie werden immer noch fliegen. Und sie werden immer noch fliegen, und sie werden noch fliegen, und sie werden noch fliegen. Daufeid. Achtung! äll Ja. Drei Stück sollten reichen. Tup, 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 tup. Was sich doch alles in den Kisten befindet, hab da mal drauf geachtet. Alte Disketten, Schraubenzieher, Fressplatte, CDS. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Tup, tup. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Ganz schön unfair. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird nicht einfach. Zumindest kann ich mich herumsehen. 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 Oh! Zumindest kann ich mich herumsehen. Zumindest kann ich mich herumsehen. Pure action. Zumindest kann ich mich herumsehen. 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 Die schaffe ich doch gerade erst. Die schaffe ich doch nicht. 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 Ah! Ach du Scheiß. Die schaffe ich doch nicht. Ja, ja. Danke. Sehr nett. Die schaffe ich doch nicht. 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 Das trifft другим voteijent. Die schaffe ich doch nicht. Die schaffe ich doch nicht. Die schaffe ich doch nicht. Ich muss es nicht gut sein. Ja, das ist gut. dann Anwache, Lestes. Na klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, gut, ich wollte sagen, Professor, Sie haben alles im Griff, das heißt, wir speichern mal erst. Dann werfen wir noch kurz einen Blick hinein in die große geöffnete Tür. Daten werden geladen. Explosionskrater. Gut, dann würde ich sagen, was uns ihr erwartet. Oh, oh. Irgendwer spuckt hier, ich gehe mal beiseite. Ah, genau, der Ladezyklus. Oh, es passiert nichts. Also, was uns nächstes Mal erwartet, seht ihr im folgenden Video. Also, seid gespannt, was lauert in dem Explosionskrater. Bis zur nächsten Folge, euer Dirk. Ciao.